Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen Überspannungsschutz einbaut und somit natürlich auch so einen Dehn-Überspannungsableiter richtig anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich diese Unterverteilung schon mal mit 5x16mm² richtig angeschlossen und natürlich auch so einen FI-Schalter und ein paar LS-Schalter mit angebracht. Damit das Ganze hier unten und vor allem aber auch Geräte dahinter jetzt bei zum Beispiel einem Blitzeinschlag geschützt sind und die energiereichen Blitzströmen einfach Richtung Erde abgeleitet werden können, möchte ich in meinem System mal noch so einen Überspannungsschutz vom Typ 2 hier natürlich mit anbringen. Bevor wir beginnen, sollten wir auf jeden Fall die 5 Sicherheitsregeln für Strom beachten. Das sind spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller und wenn das Ganze dann zu 100% spannungsfrei ist, dann können wir auch schon mal unseren Überspannungsschutz an die entsprechende Stelle anbringen. Hierbei sagt man übrigens, dass dieser so nah wie möglich bei unserer Einspeisung sein sollte und auch der Weg zu dem Klemmblock hier, der sollte jetzt so kurz wie möglich sein, weswegen ich ihn in meinem Fall natürlich hier oben einmal erst auf die Hutschiene oben draufgebe und dann kann ich ihn auch schon unten dagegen drücken. Hier oben haben wir unsere Anschlüsse für die Außenleiter L1, L2, L3 und rechts daneben, da haben wir auch noch den Anschluss für den Neutralleiter N. Hier unten rechts haben wir den Anschluss für unseren Schutzleiter und links daneben, da haben wir nochmal einen Anschluss für die Potenzialausgleichsschiene. Dieser Anschluss wird aber normalerweise bei so einem Typ 2 jetzt nicht direkt benötigt, sondern eher bei einem Typ 1, zum Beispiel in einem Zählerschrank. Dann können wir nämlich das Ganze direkt mit einer 16mm²-Leitung zur Potenzialausgleichsschiene führen. Doch für einen Typ 1, da würde ich dir auch auf jeden Fall spezielle Videos noch ans Herz legen, da die natürlich auch noch etwas anders aufgebaut sind. Zum Vertrauten verwendet man normalerweise solche flexiblen Leitungen mit einem Querschnitt von 10mm² und bei unserem Klemmblock, da müssen wir unbedingt eine Adernthülse anbringen. Normalerweise sollte das die 18mm-Variante sein, dass auch wirklich beide Schrauben hier ordentlich anpacken und bei unserem Überspannungsschutz, da könnten wir jetzt entweder auch eine Adernthülse mit einer Länge von 12mm hernehmen oder wir können das Ganze aber auch ohne Adernthülsen anbringen, da hier oben nämlich spezielle Käfigklemmen verbaut sind. Ich isoliere meinen Leitereisen mal auf 18mm ab, gebe meine lange Adernthülse von vorne einmal ganz drauf und kann diese dann mit der passenden Grimmzange auch schon zweimal grimpen, dass sie natürlich auch vorne und auch hinten ordentlich verpresst ist. Danach führe ich sie in meinem Fall einmal hinter der Hutschiene hier oben schon durch und kann sie auch hier unten bei der entsprechenden Öffnung durchgeben, wo wir das Ganze beim Klemmblock anschließen. Ist übrigens auch vollkommen egal und kann beide Schrauben einmal ordentlich festdrehen. In meinem Fall habe ich einen Klemmblock, wo in der Bedienungsanleitung drinnen steht, dass die kleinen Anschlüsse hier außen einmal mit 2 Nm angezogen werden und die größeren Anschlüsse hier, die werden mit 2,5 Nm angezogen. Als nächstes lege ich mir meine Leitung schon einmal richtig hin und kann das Ganze auch schon auf die entsprechende Länge abkürzen. Isoliere es mir auf ca. 12mm ab und kann die entsprechende Klemme dann auch schon ordentlich festziehen. Laut denen muss das Ganze mit 4 Nm festgezogen werden. Bei den vier anderen Leitern gehen wir jetzt genauso vor und mir persönlich ist es immer wichtig, dass es am Ende natürlich auch optisch was hermacht und die Schlaufen in etwa gleich groß sind. Unser Überspannungsschutz ist somit auch schon richtig angeschlossen und solange hier unten bei den einzelnen Modulen die Farbe grün leuchtet, funktionieren diese auch einwandfrei. Wenn aber nach einigen Überspannungen oder vielleicht auch nach einigen Jahren die Farbe hier unten auf Rot wechselt, dann ist das entsprechende Modul auf jeden Fall defekt und es muss ausgetauscht werden. Hierfür müssen wir aber nicht sofort gleich den ganzen Überspannungsschutz austauschen, sondern wir haben hier oben und auch hier unten noch so einen kleinen grauen Taster. Und wenn wir den mal gleichzeitig zusammendrücken, dann können wir auch schon mit etwas Schmackes das einzelne Modul nämlich hier rausziehen, gegen ein neues austauschen und das neue Modul wieder ganz einfach einklipsen. Zum Schluss noch ganz kurz die vereinfachte Funktion bei 230 bzw. bei 400 Volt. Da funktioniert das Ganze natürlich einwandfrei. Die einzelnen Leiter sind nicht miteinander verbunden, so wie es sein soll. Und wenn aber irgendwo bei dir in der Gegend ein Blitz einschlägt, eine Überentspannung im System entsteht, dann werden die sogenannten Varis-Toren aktiviert. Das bedeutet einfach, der Widerstand hier drinnen, der fällt rapide ab und somit bekommen wir dann nämlich eine Verbindung zwischen den einzelnen Leitern und die Überspannung wird dann direkt hier unten über unseren Schutzleiter an die Erde wieder abgegeben und die Bauteile dahinter somit auch schon abgesichert. Und somit haben wir jetzt auch so einen Überspannungsschutz richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Überspannungsschutz in den verschiedensten Varianten, eine Abisolierzahne, einen Seitenschneider oder natürlich auch verschiedenste Schraubendreher zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.